Freunde, seht ihr das? Wir haben nur ein halbes Herz und wir müssen hier mit einem halben Herz Minecraft durchspielen. Und wir können unsere Herzen nur multiplizieren, wenn wir Diamanten abbauen. Ist das klar, Simlaki? Ja, mir ist das klar, Okri. Und mir ist auch eine Sache klar. Wenn ich nicht jetzt hätte, gehst du sofort drauf. Ist das dein Ernst? Hoppst du da, Okri? Junge, wir spielen doch im Team und nicht gegeneinander. Ich weiß, heute machen wir keine Verfolgung. Aber Okri, uns ist das Schlimmste passiert, was uns passieren hätte können. Und zwar sind wir auf einem Berg gespawnt. Oh ja, wir sind hier auf einem Berg und der Baum ist erst noch ganz hinten. Ich würde sagen, wir gehen direkt zum Baum, damit wir die Standard-Tools machen können. Ein bisschen Holz kann nie schaden, Leute. Holz braucht man immer in Minecraft. Deshalb, Simlaki, komm, lass uns schnell zum Baum rennen. Ey, ich bin echt gespannt, wie das heute ablaufen wird. Hä? Wo bist du hin? Äh, ich bin hier auf dem Berg, Okri. Und du musst echt aufpassen, ne? Nicht, dass du... Das ist ein Wildschildorf, Okri! Let's go! Ich bin als erstes dort, haha! Wie, du hast ein Wildschildorf gefunden? Ja, sofort! Neben dem Berg, Okri, hast du es nicht gesehen, oder was? Aber ich fahre mir schon ein bisschen Holz ab. Ey, Okri, gar nicht gut. Alarmstufe rot. Alarmstufe rot, Junge! Was passiert? Ich versinke im Schnee. Nein! Ich versinke im Schnee, Alter. Das ist das Schlimmste. Ey, warte mal. Zack, ey, ich bin rausgekommen. Alles nochmal gut gelaufen. Okay, Simlaki, du weißt ganz genau. Halbes Herz. Und wir können nur... Wir können nur an mehr Herzen kommen, wenn wir Diamanten finden. Deswegen müssen wir direkt Diamanten finden. Und da vorne, ich sehe das Wildschildorf auch. Alter, jetzt schnell dorthin. Okri, wir müssen erstmal in eine Höhle rein. Dort werden bestimmt Mobs oder so spawnen. Mit einem halben Herz die besiegen. Alter, das ist sowas von schwer. Ey, was passiert, wenn ich hier vorne diesen Bienenteil hier abbaue? Denkt ihr, da kommen wütende Bienen und zerstören? Alter, Okri, mach das auf keinen Fall. Oh nein! Hier ist wieder wütende Bienen verfolgt, Junge. Gar nicht gut. Aber Okri, was das wiederum auch heißt, wenn wir Diamanten finden. Stell dir vor, ich finde, sagen wir mal, 60 Diamanten. Ok, du fändest vielleicht nur einen Diamanten, weil du bist schlecht, aber ich finde vielleicht 60 Diamanten. Ok, dann haben wir 3000 Leben oder so. Dann haben wir richtig viel Leben. Ok, dann haben wir drei Stacks Leben, ne? Ok, ich nehme mal hier vor ein Bett mit und ich mache mir schon mal die Standard-Tools. Also, ein Stock. So, zack, ein Schwert habe ich jetzt schon mal. Eine Spitzhacke mache ich auch direkt. Dann können wir direkt danach gleich eine Steinspitzhacke machen. Sehr gut, Leute. Weil wir müssen halt wirklich eine Eisenspitzhacke erstmal machen, um an Diamanten überhaupt ranzukommen. Ist dir klar, Samaki, oder? Natürlich ist mir das klar, aber ich habe mir direkt ganz viel Brot. Okri, komm mal zu mir zum Villager-Dorf. Ich bin bei dir. Ich brauche Essen, ich brauche Essen auch. Ok. Ja, gönn dir hier Brot. Hier, gönn dir, Okri. Kurs geht raus, Samaki. Ey, weißt du, was wir jetzt machen? Oh, man muss echt aufpassen, dass man hier keinen Fallschirm bekommt. Ich gehe jetzt ein bisschen Stein farben, weil ich mir eine Steinspitzhacke mache. Und... Weißt du, was ich lieber mache? Ich mache mir direkt eine Eisenspitzhacke mit dem Golem. Ja, hol dir den Golem, dann kann der uns bestimmt... Dann droppt uns bestimmt vier oder drei Eisen. Und dann haben wir direkt eine Eisenspitzhacke. Und können auf Diamantensuche gehen, um unsere Herzen zu multiplizieren, Samaki. Also, Leute, falls ihr wissen wollt, ob wir es heute schaffen, bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Das wird die schwierigste Challenge, die wir bisher je gemacht haben, Okri, ich sag's dir. Naja, wenn wir einmal einen Diamanten finden und dann mehrere, dann können wir unsere Herzen so krass multiplizieren. Alter, Uri, wie willst du 20 Diamanten finden? Weißt du, wie selten das ist? Erst wenn du 20 Diamanten hast, Uri, dann hast du, glaube ich, volle Herzen. So wie ein ganz normaler Minecraft-Spieler. Nein, Samaki, du stellst dir das falsch vor. Guck mal, denk mal nach. Du hast ein Herz, okay? Dann hast du zwei Herzen. Und dann werden zwei nochmal multipliziert. Das sind dann schon mal vier. Und vier mal vier... Ach so, wir multiplizieren alles? Genau, vier mal vier sind das Dechsen. Alter, Uri, das ist so krass. Okay, okay. Hey, wir werden Millionen Herzen haben, Uri, ganz am Ende. Ja, deswegen weiß ich, wenn wir Millionen Herzen haben und gegen den Änderdrachen so kämpfen, müssen wir das eigentlich voll easy. Aber Samaki, lass uns nicht so viel rumlabern. Lass uns lieber machen. Lass uns lieber machen. Hör zu. Ich bin kein Mann der Worte, ich bin ein Mann der Taten, ja. Ein Macher werden wir jetzt sein, Leute. So, zack. Leute, ich und mir ein Eisengolem. Let's go. Butz, butz, butz. Und wie viel droppt der? Drei Eisen. Das ist sehr gut. Ich mach mir direkt eine Eisenspitzhacke. Ey, Junge, ich hab mich gekillt und du schaubst mir das ab, oder was? Was soll das denn jetzt hier werden, hä? So, zack. Okay, Eisenspitzhacke ist ready. Äh, ganz ehrlich, Samaki, wir machen gleich auch eine direkt für dich. Aber erstmal brauche ich ein bisschen Essen. Lass uns Essen mitnehmen und dann geben wir eine Höhne, Freunde. Und dann werden wir Diamanten finden. Hoffentlich. Hoffen wir mal, dass wir Diamanten finden können heute. Okay, hier ist ganz viel Stroh. Kein Essenproblem haben wir jetzt auf jeden Fall mehr. Guck mal, ganz, ganz viel... Brä. Nein, was hast du gemacht? Ich bin drauf gegangen. Ich bin von drei Blöcken Höhe gesprungen. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Das war so dumm. Warte, warte, warte. Das darf mir nicht auch passieren. Egal, egal. Ich komm wieder zu dir, Okri. Ich bin nicht weit weg von dir. Okay, ich nehm leider Items. Ich klau dir einfach, okay? Obwohl, nee, weil... Juhu, das unterschätzt man richtig. Ja, das ist krass. Wenn du von drei oder nicht zwei Blöcken Höhe... Du gehst sofort drauf. Ich hab sogar... Ich hab runtergeguckt. Ich hab einmal kurz überlegt, soll ich da jetzt runterspringen? Dann bin ich einfach runtergesprungen. Richtig dumm. Okay, ich nehm mal hier das ganze Weizen mit, damit wir uns Essen machen. Dann machen wir uns jetzt richtig viel Brot, Leute. Und dann gehen wir auf Diamantensuche. Aber wir brauchen ein Schild. Wir brauchen unbedingt noch ein Schild. Okay, ich nehm schon mal Kohle mit, damit wir gleich Eisen farmen können. Und ein Schild craften. Alter, das wird so schwer, Leute. Außer wir finden halt Diamanten, dann wird's easy. Oh nein, ich geh auch drauf. Nein, Creeper hinter mir. Ich konnte nix machen. Ich konnte nix machen. Okay, wir müssen wieder schnell zurück zum Wilder-Dorf. Egal, Okri, ich bin wieder bei dir. Ich tut jetzt hier alles, Junge, Junge. Ey, du hast mal Loot geklaut, Okri. Was soll das denn jetzt hier werden, hä? Egal, Leute. Wir schaffen's, wir schaffen's. Hey, Rosa. Ich kann nicht ahnen, wie oft die draufgegeben werden, Leute. Ich geh mir alles hier, Boots. Wir werden wahrscheinlich so oft draufgehen in der Höhle, wegen den Monstern. Ey, Okri, jetzt machen wir aber eine Challenge. Okay, wir machen eine Challenge. Wir dürfen nicht mehr draufgehen. Der, der schafft es nicht drauf zu gehen, der kriegt 1000 Euro, Junge. Ja, Sublucky, ich versuche hier gerade zu dir zu kommen. Ey, dropp mir mal meine Sachen wieder schnell. Ja, warte, Okri, ich hab mir sofort schon Eisen gekauft. Okay, okay, lass uns direkt aufmachen. Wir fahren ein bisschen her, let's go, Eisenrüstung, Boots und dann... Eisen, Schild, Eisen, Schild, Rüstung bringt uns eh nichts, wir haben nur ein halbes Herz. So, Ofen wird gecraftet, perfekt. Und da tun wir jetzt das ganze Eisen rein mit Okri, du kriegst hier wieder deine ganze Loot hier. Komm, dein ganz Dirt kannst du wieder haben. So, perfekt, jetzt hab ich auch eine Eisenspitze, Hackel, Leute. Und jetzt, wir gehen auf Diamantensuche, aber sowas von Okri. Warte, 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 warte. Bevor du jetzt Diamanten, wir brauchen ein Schild, wir brauchen ein Schild. Ey, da ist ein kleines Skelett, Okri. Okay, alle haben schon wohl... Wie sollen wir das kriegen mit einem halben Herz? Keine Ahnung, warte, wir brauchen ein Schild, wir brauchen ein Schild. Oder wir... Ja. Lass uns sicher attackieren, lass einfach weg. Lass abhauen, lass einfach abhauen, Okri, wir schaffen das nicht. Ey, aufpassen, ne? Das kommt gleich hier um die Ecke. Ah, nee, das geht weg, alles gut, Okri, nochmal gut gegangen. Okay, Leute, jetzt wird's halt wirklich richtig riskant. Ich hab ein Schild gemacht, Samlaki, das ist schon mal sehr gut, dann können wir uns keine Creeper holen. Und hoffentlich auch keine Skelette. Außer, die überraschen uns. Okay, und jetzt brauchen wir nur noch Samlaki, für dich ein Schild. Hast du hier vorne Eisen? Warte. Das Skelett ist dort vorne, ich riskier's, Freunde. Das ist Creeper, Okri, auffassen, auffassen, richtig auffassen, aber ich krieg den Okri, keine Sorge. Bat, Bat, ich bin Profi! Okay, das war ganz, ganz knapp. Oh nein, das Skelett kommt zu uns. Das Skelett kommt zu uns. Ich auch ab. Pass auf, Okri. Okay, ich hab ein Schild für dich, hier nimm ein Schild, nimm ein Schild. Schnell, schnell, schnell. Ey, Ehremann, Ehremann, okay, ey, wir sind schon mal sicher, Okri. Ey, Schild ist sowas von OP, ne? Weil Rüstung bringt uns auch nichts. Halbes Herz, wir sind sowieso da. Ey, Samlaki, ganz ehrlich, lass uns einfach hier auf Diamantensuche gehen und hoffen wir, dass nichts Schlimmes passiert, ganz ehrlich. Äh, Sackgasse, Okri, brö, wir können direkt wieder zurück. Ja, lass uns hier runtergraben, lass uns hier runtergraben. Wir müssen eh Diamanten finden. Okri, halbes Herz, wenn du da irgendwo in der Höhle runterfällst, bist du sofort down, ist dir schon klar. Ja, da passiert schon nichts, Samlaki, alles gut. Freunde, wir sind jetzt hier in der Höhle und Okri, da sind Zombies. Wir haben doch immer keine Diamanten gefunden. Wir haben nix, Junge. Ey, ich mach mir ein besseres Schwert unbedingt, oder? Äh, stimmt, das wäre eigentlich ganz klug. Ich kann mir sogar auch noch, ich kann mir Eisenrüstung machen, ich kann mir eine Schutzplatte machen. Was, als ob, Junge, oha. Aber Okri, das bringt uns absolut gar nichts. Wir haben nur ein halbes Herz. Ok, egal, weißt du was, Samlaki, wir müssen da irgendwie runter. Pass auf, dass du vor dieses Stacheln nicht gestochen wirst oder so, weißt du? Stimmt, das ist voll gefährlich. Junge, wir haben die schlechteste Höhle gefunden. Komm runter, komm runter, komm runter. Wir sind schon fast tief genug, ne? Ok, ey, das ist eine richtig gute Idee mit Wasser. Ja, ja, da kriegen wir keinen Fallschaden, ne? Mhm, aufpassen, Okri, da oben sind Zombies. Sollen wir da runter, oder was? Klar, Junge, guck mal, wir sind safe gleich, Diamanten. Hier ist so wieder ein bisschen Eisen, nehmen wir auf jeden Fall mit. So, zack. Und jetzt geht's hier hoch. Nein, Okri, komm mal. Was? Hinter diesen Zombie, hinter diesen Zombie. Okri, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Was machst du, was machst du, was machst du? Ok, ich hab schnell zugebaut. Ist das voll echtes Zombie? Zum Glück, Okri. Ja, was, Okri? Junge, da müssen wir echt aufpassen. Ja, ich seh's, ich seh's. Lass dich schnell weg, lass dich schnell weg, Junge. Ok, hier lang. So, wir brauchen Diamanten, Simbaki. Das ist unsere einzige Mission. Ich hab's dir auch gesagt. Ja, du hast die Diamanten, da ist ne Warpenfestung. Ne, was? Ne freaky Warpenfestung. Mit nem halben Herz ist jetzt zu überleben, das kann schwierig werden. Junge, willst du jetzt wirklich die Kisten looten? Wir werden sterben, Simbaki. Okri, das ist unsere einzige Chance. Wir brauchen Diamanten. Ey, stopp, stopp. Erstmal hier gucken, ob hier überall Diamanten sind. Hier ist keine einzige Diamante. Wo sind die Diamanten? Ich nut die Schäuze, hau euch ab, Junge. Weg, Junge. Nein, nein, Okri, keine gute Idee. Keine gute Idee. Oh nein. Okri, das war's. Das war's, Okri. Lass schnell weg mit mir da oben. Der kann auch Fernangriffe machen. Egal, ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab. Ich seh nichts mehr, ich bin blind. Au, hier, schnell ab. Komm, 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 wir müssen wirklich weit weg. Oh nein. Der ist so stark, der One, du weißt gar nicht. Nein, nein, nein. Schnell hier hoch, Okri. Alter, ok. Ich hab Eisenschutz. Ich hab ne Eisenhose bekommen. Pass auf, hier vorne ist der Zombie. Nicht nähern, nicht nähern. Juhi, ist doch ein Skelett, Okri. Nein, gar nicht, Okri. Warte, der Zombie, der Zombie erledigt ist. Pass auf, das ist schattig. Ey, Okri, tiefenentspannt, Junge. Wir haben ein halbes Herz, wir haben keine Chance. Geh, block, block, block. Block, block, block. Alles gut, Okri, guck mal. Boom, so macht der Profi das. Batz, komm her, Skelette. Ey, Okri. Ich hab auch so den nicht gerettet, ne? Ich hab mich auch so den gerettet. Ich bin aber nicht draufgegangen, wegen meiner Rüstung wahrscheinlich. Alter, das war knapp, Junge. Junge, warum willst du mich, Okri? Ich wär grad fast wegen dir draufgegangen. Okri, nein, stopp. Junge, als ob wir so schlecht sind und vor dem Worten Angst haben. Wir schaffen das auch mit einem halben Herz, Okri. Ich mach das jetzt alleine in meinem Alleingangang jetzt. Was willst du machen? Du hast keine Chance. Natürlich, natürlich hab ich eine Chance, Okri. Aber wir sind hier schon so tief in der Hülle und die ist richtig. Ok, ich hol mir hier vorne. Diamanten, Okri. Diamanten, Diamanten, Diamanten. Nein. Die sind wirklich Diamanten. Doch, doch, hier ist ein Diamant. Das kommt, Leute, seht ihr ihn auch, da vorne. Ok, perfekt. Warte, bau nicht alle ab, ich bau auch einen. Ey, Okri, hier vorne ist aber ein Zombie, ne? Ach, da ist doch ein Diamant. Okri, wir haben wieder ein paar Herzen. Und zwei Diamanten, unsere Herzen multiplizieren sich, ne? Oh, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Ok, schneid das hin, Bro. Alter, so aufpassen, dieses Zombie nervt richtig hart. Vor allem auf dieser neuesten Version ist es richtig schwierig, weil die Zombies, die treffen einen immer. Ey, wir brauchen jetzt diese Diamanten. Du nimmst den, ich nimm den anderen, Okri, ok? Ich bau mich jetzt noch hin und ich nimm den, ok? So, Leute, jetzt werden unsere Herzen endlich multipliziert. Endlich haben wir nicht mein halbes Herz und... Hä, wie konnten wir diesen Diamanten übersehen, Alter? Boom! Ich hab jetzt ein Herz. Ja, 0,5 bei 0,5 gleich 1. Yeah, let's go, Okri. Äh, hier sind noch drei weitere Diamanten. Ich bau alle ab. Nein, nicht alle, du. Ey, 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 ey. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich will die auch abbauen. Junge, vier Diamanten. Warte, lass mir auch einen, bitte. Ich hab, äh, Okri, eigentlich macht mehr Sinn, wenn ich den jetzt abbaue. Dann krieg ich noch krasse Multiplikator. Boom, ich bau den ab, ich will auch ein bisschen haben. Okay, ich gönne, Okri. Zwei Herzen. Ich hab jetzt, Alter, ich hab nicht mehr zwei Herzen, aber ich hab acht Herzen, Okri. Du hast acht Herzen schon? Wenn ich jetzt noch einen Diamanten finde, Okri, du weißt, was passiert. Da hab ich sechsten Herzen. Was? Wie krass wäre das, Okri? Komm, lass es machen, Junge. Das ist eine riesige Höhle. Okay, okay. Wir können hier safe noch mehr Diamanten. Ey, Freunde, das ist der OP-Trick. Und dann gehen wir mit ganz, ganz vielen Herzen in Senna und zum Älterdarm. Dann kann er uns niemand besiegen, ne? Diamanten, Okri, mehr Diamanten da hinten. Aber passt auf, sie sind beim Boden. Ey, ja, genau. Wir dürfen nicht unser Mainziel aus den Augen verlieren. Und zwar wollen wir den Älterdarm besiegen, dafür müssen wir erstmal ins Nether. Und wir haben aber schon einen Wassereimer, also das ist schon mal gut. Ja, auf jeden Fall. Oh, nein, nein, nein. Hier müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Aufpassen, let's go, wow. Leute, guck mal, hier, so macht man das mit der Taktik, mit der Okri-Taktik. Einfach hier vorne. Junge, da sind richtig viele Diamanten, Okri, es ist noch mehr. Baut es hier einmal alles ab, damit wir keinen Warden spawnen. So, zack, stop abbauen. Ey, ich bin fast drüben, ich bin fast drüben. Junge, drüben, guck mal, da vorne, das sind schon mal zwei Diamanten, sind schon mal sicher, Okri. Okay, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin auf der anderen Seite. Ok, Okri, schau mal, was ich jetzt mache. Ich sehe Diamanten. Alter, in der neuen Version gibt es so viele Diamanten, ne? Ich mache jetzt fast, Junge, but boom, 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 boom. Boom, haha, Alter, das ist so riesig, kauhaft. Egal, ich schaff das. Ey, da ist ein Zombie, Okri, aufpassen, aufpassen. Alles gut, ich gehe zum Diamanten, Leute. Ey, das ist so unsafe, aber ich ziehe durch, Leute. Dafür alle mal einen Like da lassen, auf ihren Bruderbasis, alle mal einen Like da lassen. Dafür, dass wir hier gerade so durchziehen. Ey, aufpassen, hier sind Zombies. Ey, Junge, als ob du dir jetzt die Diamanten da stehst, ne? Ne, ich gönne mir die jetzt, ich will richtig viele Herzen haben. Meine! Oh, hier ist eine Spinne, die kann, ey, die kann Spinnfantum. Oh, ich habe gerade, ich habe nur ein halbes Herz, ich werde rausgegangen, ne? Boom, ich habe jetzt vier und warte, jetzt habe ich... Jetzt habe ich acht. Ey, gleich werden wir so viele Herzen haben, ne? Ey, Okri, ich will mehr Herzen als du haben. Wenn wir jetzt aber einmal einen Diamanten abbauen, haben wir mehr Herzen, als es normal geht in Minecraft. Hier war... Ja, hier war ein Diamant, hier war ein Diamant, ne? Hier war irgendwo ein Diamant. Ey, 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 ich fall runter. Nein! Nein, warte, 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 niemand. Ey, das sind so richtig viele. Warte, warte, chill, chill, ich habe eine Idee, so, zack. Oh nein. Der Warden, der Warden kommt. Bitte nicht, bitte nicht. Nein, 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 es tut mir leid, Okri. Ich muss sie ganz schnell wieder hoch, ich muss sie ganz schnell... Komm hoch, ganz schnell. Oh nein, 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 das war keine gute Idee. Hier müssen irgendwo die Diamanten sein. Ich habe die Diamanten außen... Obwohl? Ne, der ist nicht gespawnt, Okri. Der ist nicht gespawnt. Alter, aber gut gelaufen, Okri. Und da vorne sind die Diamanten. Ich habe sie, Okri. Alter, das geht jetzt sowas von ab, ich werde mir jetzt alle gönnen. Haha, da habe ich Sechsten. Ey, warte mal, Sechsten und dann nochmal multiplizieren mal zwei. Das wird so krass. Ey, Simlaki, ich laufe hier gerade beim Warden entlang. Ich hoffe, dass die nichts hört. Junge, ich sneak einfach, oder? Können mich dann die Teile trotzdem hören? Auch wenn ich sneeke? Mhm. Ey, wenn der Warden einmal kommt, ne? Ich weiß, ich glaube nicht. Der wird uns direkt erledigen, wir müssen echt aufpassen. Ich habe die Diamanten, Okri, zack, direkt werden die abgebaut. Oh, Diamanten ist runtergefallen. Oh nein. Sechsten! Ich habe auch, ich habe auch Diamanten. Ich muss aber schnell abhauen, die vorste Warden. Ich baue den ab und... Let's go. Ja, sechsten Diamanten, sechsten Herzen meine ich. Ich habe sogar noch einen, Okri. Alter, Junge, warum finden wir so viele Diamanten? Boom, aber die fallen alle runter. Zwei, nein, 32 Herzen. Und hier ist noch einer, Okri. Alter. Alter, Junge, was geht ab? Okay, Simlaki, weißt du was? Am besten, wir teilen uns auf, genauso wie gerade. Und suchen beide Diamanten, damit wir richtig viele haben. Ich habe auch 16 Herzen. Ich habe 64 Herzen. Was? Niemals. 64. Und weißt du was? Jetzt mache ich hier einfach MLG, weil ich kann sowieso nicht draufgehen. Und bam, easy. Oh, jetzt bin ich genau beim Warden. Das war keine gute Idee, Leute. Aber ich will die Diamanten haben. Wo sind die Leute? Ey, hier ist überall der Warden. Ich habe so Angst. Ich habe so Angst, Junge. Ich baue mich hier unbedingt weg. Ich glaube, der ist gespawnt, Okri. Ich glaube, der ist gespawnt. Nein. Alles ist dunkel geworden. Ne, der ist noch nicht gespawnt. Alles ist nochmal gut gegangen. Okay, Leute. Unsere Taktik ist es auf jeden Fall, richtig viele Herzen zu farmen. Und dann mit den ganz vielen Herzen einfach ins Nether-Portal zu gehen. Die ganze Plays zu erledigen. Und dann den Ender-Drachen mit einem Millionen Herzen zu erledigen. Aber wir müssen halt echt aufpassen. Aber jetzt kann uns eigentlich kein Mob mehr richtig Schaden machen. Ich meine, so viele Herzen ist halt okay. Uri, guck mal, alles ist nochmal sicher gegangen. Der Warden kann safe nichts, oder? Oh, ich habe hier vorne eine Höhe gebrochen. Was? Jogi, hier sind richtig viele Timbernen. Alter, wenn ich die jetzt alle abbaue. Boom. 32. Boom. 64. Boom. Nein. 256. Jogi, hier sind so viele Timbernen. Jogi, ich habe... Ich habe 1000. Ich habe... Okay. Der Warden ist gespawnt. Ich habe 1000 Herzen im Nacken, Junge. Der Warden kann mir gar nichts. Was? Ey, ich merke gerade. Ab 1000 Herzen geht es nicht mehr nach oben. Michael hat einfach abgebaut. Okay. Der Warden ist genau bei mir. Der ist genau bei mir. Gar nicht gut. Gar nicht. Warte mal, wie denke ich ihn jetzt ab, Leute? Ich habe eine Idee. Zack. Ich komme zu dir. Hier. Ihr habt einen Steinblock geworfen. Der darf mich nicht sehen. Das ist genau unter mir. Okay. Wir werden den zerstören. Okay. Wir werden den zerstören. Ja? Wir werden den zerstören. Ich hoffe es ist doch so, Blackie. Aber ey, ich habe 1000 Herzen. Mir kann der Warden gar nichts. So. Weißt du, was ich jetzt mache? Nein, der geht. Uri, komm mal zu mir, Junge. Ich kann mir sogar hier Diamantenschwert machen, weil wir so viel Diamant haben. Ey, ich renne einfach weg. Nein. Ey, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Die Diamantenschutzplätze mache ich auch nochmal schnell. Zack. Let's go. Ey, ich renne sowas von vor meinem Leben, Alter. Ey, Uri, du weißt gar nicht. Bam, weg hier, Alter. Ich habe mir Bock auf dich geworden. Okay, zack, der ist nicht mehr da. Ey, Leute, guck mal, wie krank das aus. Es sind einfach so viele Herzen. Und ich glaube, oh, ich bin da fast runtergefallen. Ich glaube, sogar mehr Herzen geht gar nicht in Minecraft, weil es hat einfach abgebrochen. Das heißt, jetzt können wir mit so viel Herzen die Erde besiegen. Mal schauen, wie easy das sein wird. Oh nein, ich höre den Warden. Ich höre den. Und hier sind noch mehr Diamanten. Ich baue die einfach. Ja, der ist hier noch, Uri. Ich habe es doch gesagt. Ey, Simlach, komm mal zu mir. Ich bin da mit dem ganzen Loot hier noch. Ich sage dir meine Koordinaten, komm schnell zu mir. Komm schnell zu mir. Let's go. Ey, ist noch ein Warden gespottet, Junge. Ich laufe ja noch so dummen Fang, Leute. Ja, Uri, ich komme zu dir. Aber hier ist eine Kiste. Okay, let's go. Was ist das? Oh, Regeneration. Wichtig, wichtig. OP-Apfel. Let's go. Alter, richtig OP. Oh, ich sehe den Warden. Ich sehe den Warden. Ich habe den Warden gesehen. Oh nein. Da vorne ist der. Okay, gar nicht gut. Gar nicht gut. Okay. Gar nicht gut. Ey, weißt du, ich nehme die Diamanten mit. Ich nehme die Diamanten mit. Ich habe keinen Bock jetzt. Ich nehme mich einfach mit. Es ist mir egal. Ey, nein, lass die mir übrig, Uri, ich komme zu dir. Junge, ich kann nicht mehr, Junge. Der wird mich gleich aufessen. Ich habe keinen Bock, mit dem Warden zu kämpfen. Okay, ich habe die Diamanten mitgenommen. Und hier vorne ist irgendwo der Warden. Der kommt mir immer näher. Ich habe echt Angst. Okay, Leute, ich verschwind hier. Ich verschwind hier. Ich darf nicht von morgen gefressen werden. Der ist so OP. Oh nein, der ist genau neben mir, so Blackie. Der ist genau neben mir. Der ist genau unter mir. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich haue gerade schnell ab. Ich schaue gerade. Der ist genau unter mir. Leute, habt ihr das gesehen? Oh nein. Oh nein. Weg hier, weg hier, weg hier. Alter. Alter, der war genau unter mir. Junge, der war genau neben mir. Oh mein. Fisch. Was geht ab, Junge? Ich habe Schaden bekommen. Egal, ich habe genug Herzen. Ich habe genug Herzen. Nein, nein, nein. Es leckt. Es leckt. Was geht hier ab, Leute? Okay, ich bin schon lange weg. Kämpfst du da gerne mit deinem Warden. Ich suche hier weiter Diamanten. Alter, der schießt durch die Steine. Aber wisst du, ich habe so viele Herzen. Der kann mir gar nichts machen. Ich habe so viele Herzen. Macht mir nicht mal Schaden, Leute. Uckri, ich habe Diamanten. Let's go. Boom. 128. 256. Uckri, weißt du was? Das sind auch ganz viele. Ich habe jetzt tausende Herzen. Und wir werden jetzt zusammen den Warden besiegen. Sollten sie? Nein, lass das nicht. Lass das nicht machen. Doch, Uckri, das ist jetzt unser Ziel. Im Nahkampf werden wir den Warden besiegen ohne Rüstung. Alter, niemals schaffen wir das. Denkst du, das hat vorhin schon mal jemand geschafft, Uckri? Keine Ahnung. Uckri, kann ich zu dir. Aber da vorne sind Diamanten und da hinten sind noch mehr Diamanten. Uckri, ich glaube, ich muss erstmal die Diamanten abbauen. Sorry, fang du schon mal an, den Warden zu besiegen, okay? Äh, ich brenne. Alter, aber ist gar kein Problem. Ey, Uckri, warte mal. Wie viele Diamanten sind das? 512 Herzen. 1024 Herzen. Junge, Uckri. Alter, äh, warte mal. Kriege ich jetzt noch mehr Herzen plus? Ich glaube, es wird nichtmals mehr angezeigt, Uckri. Weil mehr Herzen geht gar nicht mehr. Wir haben 1024 Herzen. Das war es komplett, Uckri. Lass uns den Warden jetzt besiegen damit. Okay, so Lucky. Ich bin hier voll, wo wir gebaut haben. Und ich habe richtig wenig Essen, Junge. Ich brauche unbedingt Essen. Ganz wichtig. Lucky? Oh, da unten bist du ja. Wo bist du, Uckri? Ich sehe dich. Ich freue mich jetzt gemeinsam den Warden besiegen. Ah, hier bist du ja. Hier gönnt ihr, Uckri. Komm, wir haben ein bisschen Brot. Danke dir. Ey, Uckri, wir werden die ersten Spieler sein. Guck mal, zieh deine Rüstung aus, okay? Wir werden die ersten Spieler sein, die ohne Rüstung den Warden besiegen. Oh ja. Den Warden besiegen, Alter, ich habe Angst. Mach ich nicht. Guck mal, wir haben ja, wir haben bestimmt so, ich glaube, ich habe schon 10.000 Leben oder so. Aber das wird dir nicht mal angezeigt, weil das sind zu viele Herzen. So, guck mal, das wäre unser ganzer Monitor jetzt voll. Ich gebe dir Regenerationstrank und den trinken wir gleich auch noch. Der kann uns nicht kriegen. Dann sind wir sowas von OP. Okay, ey, aber so Lucky, bevor wir es machen, schau mal hier vorne, mach dir mal ein Diamantenschwert. Hast du schon eins? Ja, stimmt. Okay, das können wir machen. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Aber ich habe 13 Diamanten, lol. Alter, okay, Leute, dann würde ich sagen, besiegen wir den Warden. Wir besiegen den Wither und den Ellerdran heute. Nein, okay, das ist ein bisschen übertrieben. Das ist zu viel. Lass uns nach dem Warden ganz, ganz schnell den Ellerdran besiegen. Ich sehe einfach meine Herzen, wie die oben so baggen, aber die werden nicht angezeigt. Ja, die werden nicht angezeigt, stimmt. Guck mal, jetzt, die baggen einfach oben. Man sieht die, ey, das heißt, wir haben eigentlich noch mehr Herzen, Leute. Wow, wie weit geht es nach oben? Stimmt, kann sein. Also sind wir eigentlich so unzerstörbar, glaube ich. Wir sind wirklich unzerstörbar. Okay, komm, lass uns an der Kielte wollen, Junge. Komm her, Alter. Ey, ey, Okri, wo bist du, wo bist du, Junge? Hä? Hä? Okay, ich sehe dich, ich sehe dich. Komm, 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 komm. Geräusche machen, Okri. Geräusche, komm her. Oh nein, oh nein, ich habe Angst, lass zusammenbleiben, lass zusammenbleiben, lass zusammenbleiben. Ey, noch mehr Geräusche, der ist noch nicht da, Okri. So. Hä? Wo ist der? Der ist irgendwo. Der kommt. Alter, das ist so gruselig, Leute. Der ist nicht da, Okri. Guck mal, der ist weg. Wir müssen noch mehr Geräusche machen, guck hier. Boah, okay, hier geht es jetzt ab, Okri. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Immer gemeinsam zusammenbleiben. Warte, warte. Oh nein, er kommt raus, er kommt raus, er kommt raus. Ey, Leute, hier ganz, ganz schlimme Wand-Sounds, ganz, ganz schlimme Wand-Sounds. Ey, wer ist da vorne? Warte, ich habe von dort hinten den gehört. Da hinten ist er, Okri, attacke jetzt. Atacke, 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 Junge. Ey, warte, warte, der macht mir kein Damage. Wir haben wirklich mehr Leben, als dort steht, Okri. Stimmt, kann sein. Wir haben mehr Leben, aber die werden einfach nicht angezeigt. Alter, der ist ein bisschen zu krass, Okri. Ich nehme die Nobs, Alter. Hast du schon Leben verloren? Nein, ich habe noch kein Leben verloren, noch gar ein bisschen Leben verloren. Alter, das heißt, Leute, wir haben halt wirklich mehr Leben, als wir wirklich, als dort angezeigt wird. Ich tank den durch, Junge, der macht meinen Schild kaputt. Ich kann den gar nicht durchtanken. Ja, scheiße. Ey, komplett egal, Bro. Die ganze Zeit auf ihn schlagen. Die ganze Zeit auf ihn schlagen. Leute, ich weiß nicht, wie lange denkst du, bist du wie auf ihn schlagen. Ich schlack die ganze Zeit auf ihn. Ich habe keine Ahnung, Okri, aber Junge. Wenn der uns das auch zerstört, ich glaube, das schafft das nicht, Junge. Wir haben viel zu viele Herzen. Viel zu viele. Sobald zerstören, Junge. Alter, komm her, One. Ey, Leute, lassen alle Like da unten und Abo dafür, dass wir einen One hier zerstören, Junge. Damit wir ihn besiegen, Leute. Falls ihr wollt, dass wir ihn besiegen, kommt schon. Bam. Let's go. Alter, das ist zu musik, der One. Junge, Junge, Junge. Ey, Alter, Okri. Boah, man erkennt ja nicht mal dich, Alter. Das nervt schon. Hast du bisher einen Schaden verloren? Ähm, also ne, noch bisher noch gar nicht. So, zack. Wir haben ihn wirklich erledigt. Junge, der, der, was spaut eigentlich? Der spaut einfach nur so ein Sky-Quartiller-Sorto, Mensch. Alter, Okri, der braucht 20.000 Leben, wie wir das will der uns auch. Okay, easy. Ey, Freunde, das war viel zu einfach. Ey, glaubst du, wir können heute irgendwie drauf gehen? Ich glaube, wir gehen gar nicht mehr drauf. Ich glaube, es ist unmöglich, jetzt noch zu sterben, wenn jetzt noch mehr die Gewalt abbauen. Okay, heute versuchen wir, wie man drauf geht. Wir versuchen, die Regeln, um drauf zu gehen. Okay, das werden wir auch noch versuchen. Ey, Freunde, wir können alles machen. Wir werden, wir sind unsterblich, jetzt sozusagen. Lass uns mal jetzt zum Meta-Portal zum Nacki. Okay, komm mit. Ich komme mit, Okri, let's go. So, schnell, wir suchen eine Lama-Quelle und gehen ganz schnell ins Lender, Leute. Holen uns ein paar Blazes und dann besiegen wir den Enderdrachen mit 10.000 Hertz, Junge. So ein Ding ist das. Oh ja, oh, das wird so easy. Ohne Rüstung spielen wir heute. Let's go. Und da kommt schon der nächste Warne. Siehst du das? Hörst du das? Ja, ich hör's, ich hör's, aber ich seh's nicht, Okri. Oh, Mann. Leute, es sind einfach noch mehr Diamanten, die wir abbauen können. Alter, warum leckt es so? Irgendwie hast du voll geleckt gerade. Wow, was geht hier ab, Alter? Ich regeneriere die ganze Zeit Herzen. Wow, bei mir leckt es komplett, wenn ich hier Diamanten abbau, weil ich dann richtig viele Herzen bekomme. Und es dann komplett rumleckt. Ey, mach mal nicht, Okri. Ich versuche jetzt einfach drauf zu gehen. Ich versuche jetzt einfach drauf zu gehen. Ey, Leute, wenn wir Diamanten abbauen, einfach mal Spielschütz fass ab, Junge. Ey, ich glaube, das ist unmöglich, Okri. Ich geh wirklich nicht drauf. Ich verliere keine Herzen. Guck mal, wenn ich die Herzen verliere, dann seht ihr ganz kurz, dass ich noch mehr oben, noch mehr Herzen habe. Also, die gehen unendlich weit nach oben. Das ist unmöglich. Alter, das ist so krank, Leute. Okay, zack, aber, Okri, wir machen jetzt nicht vom Thema Ablecken. Wir machen uns jetzt ein Nether-Portal. Lass uns direkt ein Nether-Portal machen. So, okay. Ich hab sogar ein Feuerzeug schon, das ist sehr gut. Oh, ja, let's go. So, zack, fast. Nehm du die Lava, ich platziere dieses Wasser, okay? Ey, ich mach alles gleichzeitig, Okri, komm. Du machst die eine Seite, ich mach die andere. Let's go. Okay, okay, okay. So, zack, perfekt. Und dann haben wir gleich schon unser Nether-Portal ready. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. So, und gleich ist es fertig, Okri. Nur noch ganz bisschen. Und let's go, Okri. Ich hab's alleine gemacht. Warum hast du mir nicht mitgeholfen? Warum bist du AFK, Okri? Ich hab mir gedacht, du kannst hier eigentlich schwere Arbeit erlegen. Jetzt gehen wir zum Nether-Portal. Let's go. Ja, das ist immer so mit dem, Junge. Komm, let's go. Wir machen's. Wuhu. Wow. Wir sind im Nether-Portal. Nether-Festung wird gesucht. Und Okri, zack, ich springe hier einfach mal rüber. Ich kann sowieso nicht drauf gehen. Du kriegst eh kein Leben. Wir verlieren's eh irgendwie kein Leben, Junge. Wir haben so viele Herzen. Wir können alles machen, Leute. Ich hab eine Idee, wie wir drauf gehen können, Okri. Ich hab eine Idee, komm mal. Ich suche hier ganz viele Piglins, Junge. Und attekiere die dann. Dann attekiere mich zwei. Ey, lass uns einfach in der Festung finden und du kannst schon der Blazes kommen, Okri. Ich will jetzt die Erde dran besitzen. Wir werden's Mikeloth durchspielen mit 1000 Herzen, Junge. Let's go. Let's go. Wow. Leute, wir spielen Mikeloth durch ohne Rüstung, aber mit 1000 Herzen. Wir haben hier vorne eine Nether-Festung gefunden. Und ich spring da einfach rüber, weil wir haben genug Herzen. Boom. Und Fortschritt erzielt, Leute. Ich komm auch, Okri. Wow. Putz. Let's go. Hab's geschafft. Okay, jetzt brauchen wir einfach einen Blazeball. Ey, man muss sich... Das ist so krass einfach. Man muss sich gar keine Sorgen machen, dass man irgendwie erledigt wird. Es ist unmöglich zu sterben mit so viel Herzen. Das ist... Wir spielen einfach Mikeloth durch und man hat von nix Angst. Eben hatte ich noch voll Angst vor Wort. Ich weiß nicht, Okri. Ich glaube, es gibt einen Weg, drauf zu gehen. Guck mal, Shaefer, wir springen ins Void. Ins Void? Oh, stimmt. Ich glaub, da können wir drauf gehen. Aber es dauert halt auch richtig lange dann. Von seinem lilanen Ding da, was der immer spuckt, weißt du? Okay, Freunde. Aber ich glaube, wir werden es heute auf jeden Fall schaffen. Schreibt ihr mal in die Kommentare eine 1, wenn ihr denkt, dass wir heute schaffen, Mikeloth durchzuspielen mit 1000 Herzen und eine 2, wenn ihr denkt, dass wir es nicht schaffen. Stimmt jetzt alle mal in den Kommentaren ab. Alter, das teilt sich aus, Okri. Du kannst Mikeloth durchspielen, aber ich springe am Ende ins Void. Ja, okay, Leute. Wir werden am Schluss... Wir werden am Schluss in den Void springen beim Enderdrachen. Ins nichts, Leute. Und mal schauen, ob wir dann sterben. Oder ob wir dann unsterblich sind. Simlaki, ich hab einen Blazeballer. Komm schnell hierher. Ja, die werde ich jetzt alle erledigen. Die können mir eh nix, Junge. Guck mal, Leute, man muss die... Ich muss mir gar keine Sorgen machen. Keine Sorgen um Herzen, um nix, Junge. Einfach boom, boom, boom. Den Nächsten erledigt. Ey, wir müssen mal eine Change machen. Wir müssen mal eine Change machen und versuchen draus zu gehen. Ich krieg dich, Alter, ich krieg dich. Ey, wir können einfach unendlich lange kämpfen, ne? Stimmt eigentlich, ne? Wir machen uns gar kein Damage. Das ist... Aber unser Scherp ist kaputt irgendwann. Alter, ich muss mal in der Microverfolgung mit diesem Hack cheaten, hab ich das Gefühl. Alter, Junge, das ist ja so... Obwohl, das schaffst du so nicht, Uckri. Dann wäre ich unsterblich. Ja, aber am Anfang kann ich dich direkt killen, ne? Ist schon klar. Und der nächste Place ist gespawnd. Komm, wir wollen ganz viele Lohnrouten. Let's go. Okay, das kann jetzt lange dauern. Ey, Simlaki, was soll das, Junge? Lass mich in Ruhe. Einen kommen, Uckri. Komm her, Batz. Oh, hab's genommen. Okay, weiter geht's. Place ist werden gefahren. Ey, Leute, wir haben einfach genug Lohnrouten. Das ist sehr gut. Ja, weißt du, was wir jetzt machen, Simlaki? Lass uns einfach mal verschwinden, oder? Lass uns jetzt Enderperlen fahren. Ja, let's go, komm. Easy peasy. Ich spawn so viele, ich kill dir jetzt alle, Batz. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber zu Enderperlen und machen hier Speedrun-Modus. Wir brauchen ganz, ganz viele Enderperlen. Am besten, wir finden, einer geht Warp Forest und einer versucht zu traden, okay, Enderperlen? Sollen wir so machen, aufteilen, Simlaki? Ja, aber erstmal die Bastion zu finden ist schon schwierig, aber auch ein Warp Forest zu finden ist schwierig. Okay, machen wir, okay, let's go. Ich suche Warp Forest, du versuchst zu traden in der Bastion, okay? Okay, machen wir, let's go. Ich bin schon mal auf dem Weg. Boots, Leute. Boah, ich will da mal springen. Wow. Leute, und hier vorne ist auch direkt ein Warp Forest und hier ist ein Enderman. Sehr gut. Den schnappe ich mir sofort. Der war genau neben der Festung, Simlaki. Ich habe einfach schon den Warp Forest gefunden. Ey, das ist sehr gut, aber ich habe keine Enderperlen bekommen. Gar nicht gut, Leute. Okay, so geht es auf jeden Fall schneller, weil wir uns aufteilen. Und wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir können die ganzen Endermans anschauen. Die können uns gerne auch angreifen. Okay, und ich habe eine Bastion gefunden. Aber was für eine, Junge. So schnell? Alter, die ist voll... Junge, Okri, wir haben eine Stunde viel gesucht, ne? Alter, die ist aber voll klein. Ich baue mich einfach mal hier runter. Wow. Okay, ich bin direkt beim Jetpot. Ich bin direkt beim Jackpot. Und hier sind einfach diese Schweine. Und diesmal können die mir einfach gar nichts. Die machen eigentlich so viel Damage, diese Schweine mit der Axt. Aber diesmal... Ich habe meine erste Enderperle bekommen. Und ich habe einen Trick, Leute. Man muss hier vorne ein Boot platzieren und dann gehen die ganzen Endermans rein und dann erlegt man die einfach. Nimm das Enderman, das ist keine Chance. Boom. Zweite Enderperle. Ich habe zwei Enderperlen. Alter, ich habe Pfeile, damit wir die Cubes zerstören können. Okri, und jetzt muss ich hier nur noch an Goldkopf und damit diesen blöden Schweinen traden. Kommt her, Mann. Wow, Leute, hier sind schon wieder so viele Schweine. Aber die können wir eigentlich gar nichts. Leute, ich baue einfach einen Goldblock hier ab. So, Bats, gehört mir, Alter. Kommt. Gib mir das her. Gib mir das her, Mann. Das ist meins. Hier ist noch ein Goldblock. Let's go. Ey, Leute, das ist so lästig. Aber die macht mir sowieso kein Damage. Also, ist alles okay. Alles im soliden Bereich. Leute, ich farbe jetzt ganz viele Goldblöcke und dann trad ich mir 1000 Enderperle. Let's go. Okay, Leute, es ist richtig viel Zeit vergangen. Ich und Simlaki haben jetzt richtig lang gefarmt. Und ich habe 10 Enderperlen jetzt. Und Simlaki, wie viele? Ich glaube, der hat auch richtig viele Leute. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Overworld. Wir können uns jetzt direkt Ender-Augen auch craften. Wir machen uns direkt 10 Stück, würde ich sagen. Zack. Das passt eigentlich. Und damit gehen wir dann ins Ender-Portal. So, und jetzt gehen wir zurück zum Nether-Portal. Zum Anfangs-Nether-Portal. Damit wir wieder in der Overworld sind. Denn, Leute, wir müssen jetzt ein Ender-Portal finden. Speedrun meinte ich doch, Junge. Wir machen das richtig schnell hier vorne. Okay, komm, schnell wieder zurück. Okay, Leute, wir sind zurück in der Overworld. Oh, ich und Simlaki haben uns getroffen. Ich habe 10 Ender-Augen. Wie viele hast du, Simlaki? Junge, ich habe ultra viele Enderperlen. Schau dir das an, U-Krieg. Fast, Alter, das richtig... Junge, hast du so viel getradet? Ja, okay, aber wir waren noch richtig lange in der Dach. Freunde, aber weil wir eben schon Warden besiegt haben, werden wir jetzt auch easy den Ender-Augen besiegen. Das Einzige, was wir jetzt so machen müssen, boom, Ender-Auge werfen und in welche Richtung geht es? In die Richtung, hä? Komm mit in die andere Richtung. Okay, dann lasst uns in die Richtung gehen, Leute. Let's go. Ab geht's zum Ender-Portal, U-Krieg. Ab geht's zum Ender-Portal. Da lang, da lang, da lang. Freunde, wir haben das Ender-Portal gefunden. Es muss irgendwo hier vorne sein. Junge, Alter, und schon wieder ist eine kaputt gegangen. Alter, wie oft wollen die denn kaputt gehen, die Ender-Augen? Das kann doch nicht wahr sein. Such das Ender-Portal, U-Krieg. Hä, wo geht's denn denn lang? Aber es hat sich gerade die Richtung gewechselt. Das heißt, wir sind richtig hart in der Nähe. Es muss irgendwo nach vorne sein. Genau hier vorne, U-Krieg. Pass mal aus. Hä, es geht weiter nach vorne. Hä, aber es hat sich doch gerade gewechselt. Ey, und warum gehen die die ganze Zeit kaputt? Ich sag's dir, es hat sich geändert, U-Krieg. Es werft nochmal. Komm, es muss jetzt aber hier da sein. Ja, es hat sich geändert. Ey, U-Krieg, es ist genau hier unten. Let's go. Lass runter, lass runter, lass runter. Oh, nicht runter, U-Krieg, wer erster da ist. Okay, Freunde, schnell nach unten. Alter, wie tief ist mir das? Boah, ich hab M&G gemacht. Wie tief ist das bitte sehr, Junge? Leute, guck mal, wie tief schon Simlaki ist. Meine Spitze ist auch fast kaputt. Nee, ich bin da, Alter, das ist ja mal mega tief gewesen. Yo, warte, warte, ich muss mich auch schnell zu dir buddeln. Hier vorne sind noch mehr Diamanten, die baue ich lieber nicht ab. Komm mal her, Junge. Let's go. Ey, bei mir lag so. Ich sag, es ist schon wieder der Warden. Das kann doch nicht sein, U-Krieg. Boots, aber wir finden auf jeden Fall das Ender-Portal jetzt, Leute. Ich sag's euch, komm. Let's go. Wo ist es hin? Okay, Freunde, wir müssen jetzt nur noch das Ender-Portal finden. Und dann können wir den Ender-Darm besiegen auf easy Basis, Junge. Let's go. Ich hab's, U-Krieg, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Sag mal zu mir, komm, hier. Let's go, ja. Okay, sehr gut. Boom. Jetzt sind wir da, U-Krieg. Komm her, man. Let's go. Wow. Okay, das ist ganz schnell hier abbauen. Boots. Und jetzt platziert die Ender-Augen, U-Krieg. Eins, zwei, drei, vier. Drei, vier, fünf, sechs. Ich muss eine neue machen. Ganz ruhig, so, Lucky. So, zack. Ich hoffe, wir haben genug Lohn-Routen. Haben wir genug? Ja, okay, wir müssen genug haben. Ich hab noch zwei Blaze-Portal. Ich hab noch zwei Blaze-Portal. Alles gut, wir haben genug. So, zack, Leute. Let's go. Und noch eine, noch eine, noch eine, noch eine. Und noch zwei und boom. Und jetzt go, okay, boom. Okay, wir lassen ganz schnell den Ender-Augen besiegen. Okay, wir springen erst gleich ins Wald, okay. So machen wir das. Hier, einfach fast spritschen, Leute. Ganz abschließt springen wir ins Wald. Ey, zeig die mir, was macht. Boom. Guck mal, boom, boom, boom. Let's go, let's go. Let's go. Rüber geht's, Leute. Wir sind Profis, natürlich. Let's go. Ey, wir sind Lucky. Jetzt müssen wir ganz schnell die ganzen Kristalle zerstören. Wir müssen da irgendwie hoch. Klaro. Ey, ich hab sogar einen Armbrust mit Pfeilen. Hab ich gefunden. Jetzt das Wasser, so, zack. Mit dem Wasser kommen wir easy nach oben, Freunde. Schaut euch das an. Boom. Boom. Und jetzt zerstören. Zack. Ersten Cube zerstört, Ukri, nur jetzt den zweiten. Und zack, dann kommt der nächste. Junge, ich kann nicht zielen, weil... Okay, ich geh einfach mit der Ender-Perle da rüber. Boom. Zack. Zerstört. Okay, nächster Cube. Boom. Waaah, nächster Cube auch noch da. Junge, das hier geht immer heute richtig schnell, Ukri. Boom. Zerstört. Alter, ich krieg gar kein Schaden, ne? Egal, wo ich runterfalle. Ich baue mich hoch, Ukri. Ich baue mich hoch, let's go. Okay, ich geh mit der Ender-Perle da nach oben, Freunde. Und... Kommt sie an, kommt sie an. Die kommt an. Wow, let's go. Let's go. Und der Ender-Drache geht in die Mitte. Aber, Ukri, ich zerstöre einfach vor dir. Diese ganzen Cubes. Hey. Alles klar, Wutz. Hier kommen die nächsten. Bam. Und sind hier noch irgendwo welche Cubes? Ich glaube, da hinten ist der letzte, Ukri. Bam, ich zerstört auch. Und... Bam. Auch zerstört. Boah, alles getroffen, Ukri. Hey, da unten ist noch einer. Boom, ich bin hier mich dahin. Zack, erledigt. Boom. Boom, ey, es schießt den Ender-Perle. Haben wir alle Grysande zerstört? Haben wir alle Grysande zerstört? Ja, wir haben alle zerstört. Guck mal, wie schnell das ist. Nein. Ultrafast. Ja, ich fliege den Armbrust, ne? So, Abad 2 geht es. Alter, geil, Mann. Und jetzt holen wir uns den Ender-Drachen, Leute. Komm her, Junge. Oh ja, Bam. Wir haben so viel Leben. Der hat keine Chance. Ohne Rüstung holen wir uns den. Der kann nix machen. Ja, warte, warte. Ich muss Rüstung erst mal aufziehen. So, gönnt ihr meine Rüstung. Brauche ich nicht mehr, um dich zu besiegen. Okay, Leute. Der Ender-Drach kommt jetzt, glaube ich, zum letzten Mal in die Mitte. Jetzt werden wir uns zerstört. Guck mal, wie viel Schade ich mache. Boom. Boom. Let's go, Uki. Komm, zerstört. Nein, nein. Schade, wir stehen Uki. Ey, weißt du was? Es ist so low. Bevor wir das machen, ich habe jetzt sogar so ein Bett, das kann ich, können wir hier platzieren und dann explodiert der. Und bevor wir das machen, Uki, du kannst heute gerne Minecraft durchspielen. Ich bin raus, Uki. Wie? Was tust du, Mann? Ich werde mich opfern. Für die Wissenschaft, Uki. Für die Wissenschaft. Willst du jetzt runterspringen? Ja, klar. Ja, klar, Uki. So, Boots, ich springe hier oben. Nicht dein Ernst. Du springst ins Void, Leute. Oh ja, ich habe sogar einen Goldafel noch gegessen. Ey, wenn das klappt. Aber ich glaube, irgendwann, da geht man direkt drauf. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ey, das ist jetzt spannend. Leute, ich kann heute leider kein Minecraft durchspielen. Es tut mir leid. Egal, ich mache es. Ich mache es für die Familie. Warte, warte, warte. Äh, Uki, spiel mal. Hä? Spiel mal ein Kampf durch, Uki. Spiel mal ein Kampf durch, ich überlebe das. Hä? Uki, ich kann nicht drauf gehen. Das war es. Das war es. Ich bleibe hier. Ich bin jetzt fack hier. Ich hole uns in den Lern an. Boom, nimm das, Junge. Hä? Bam, bam, bam. Leute, schaut mal, ich gehe einfach nicht drauf. Bam, ich habe ihn zerstört. Yo, let's go, Uki. Ich stecke hier einfach im Void fest. Ich komme hier jetzt gar nicht mehr raus. Alter, egal, egal. Warte, warte, ich mache es für uns. Ich mache es für uns. Leute, lasst uns liken, abonnieren, aktivieren die Glocke. Heute haben wir mit einem Millionen Herzen einfach Minecraft durchgespielt. Am Anfang war es fair, aber danach war es richtig, okay? Ganz genau, Freunde. Checkt auf jeden Fall den Merch ab und schreibt mir die Kommentare, ob ihr richtig gewettet habt, ob ihr gedacht habt, dass wir es schaffen. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Jetzt würde ich sagen, ab in zwei. Boom, let's go. Ich glaube, ich kann hier mein Leben verlieren. Ich weiß, wie das hier abgeht, Junge. Ich gehe einfach nicht drauf, Leute. Drückt aufs nächste Video, damit ihr mir hier raushelft, Leute. Jetzt sofort. Let's go, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Drückt aufs nächste Folge. Abon.